Was gibt es denn da schon wieder zu lachen? Was lachen sie denn schon wieder? Was soll denn da schon? Nix, alles gut. Nee, das ist nicht gut. Sie lachen schon wieder irgendwie so blöd. Nein, ich habe selber das Loch getroffen. Oh Gott. Ich bin da auch reingeplümpst. Sie haben selber ein Loch getroffen. So, worum wollen sie denn zuerst? Ist eigentlich egal, wo ich jetzt hinschwenke. Ich schwenke jetzt erstmal zu mir, dann habe ich jetzt nicht so ein bisschen einfacher. Finchie? Mh? Kommen Sie mal her. Ich will in den Rittersport gehen. Komm sie, wir machen mal hier ein Rennen. Hopp. Hier so rum. Dann hier rum. Dann will er hier rum. Dann wieder zurück. Dann hier rum. Hier rum. Kurze Ecke. Hier rüber. Das war, glaube ich, gar nicht ausgelassen. Hier rüber. Das war, glaube ich, gar nicht ausgelassen. So, bin im Ziel. Gewonnen. Fertig. Erster. Da ist auch so eine Fümmelarbeit. Voll die Fümmelarbeit hier. Warum muss ich das machen? Meinen Sie, ich kann die Bagger jetzt schon wegbringen? Nein. Brauchen wir noch mal. brauchen wir noch mal aber den kracht auf gießen gießen kann weg gießen kann weg wir brauchen die noch mal ja warum denn nach er hat schon wieder so schnell ich dachte ich mache das nein ich habe gar nichts gemacht was beschwert sie sich denn schon wieder haben wir zwei davon wovon ok karl hat sie gesagt einlager ok einmal train die fallen gerne in löchern er kann das sein oder meine ich das nur ich war nur zu nah am rand mehr war das nicht aus nur zu nah am rand aber schon cool was die sich haben ja alles einfallen lassen vor allem so gas leitung habe ja noch nie gemacht das ist ja mal ganz was andere so schallschutz wende ok gut dann haben wir ja schon mal gemacht aber wie müssen wir noch schallschutz wende machen haben wir schon mal gemacht habe ich gesagt aber müssen wir wahrscheinlich noch zu baggern moment ich kann nicht mehr anhängen kann mal jemand anders hier rein glaube ich muss mal da rausgehen warte mal da war was ja irgendwo habe ich hier was gesehen gerade geht das vielleicht deswegen weil das eine röhrchen hier drin ist aber ich hatte nichts damit zu tun irgendwo war der gerade hier wer war hier die meldung was für eine meldung denn dass du hier was machen konntest hier warte irgendwie konnte ich irgendwas drücken drücken ich versuche noch mal wenn ich mal nach haus kommt da steht zum beispiel nicht dass ich das nicht mehr anhängen kann hat war ich kann es nicht anhängen vielleicht ist das nur ein desing fünf stück von 16 zählen wir mal durch 5 6 7 8 9 ja kann sein warte mal ich ging mal ich mache mal ich glaube das ist der 16 der fehlt noch ich kann mir aber nicht anhängen versucht ihr mal mit dem kran rauszuholen mit dem kleinen versuchte mal rauszuholen bitte vielleicht geht das ja und die einzige möglichkeit die wir jetzt haben weil der hängt ja glaube ich irgendwie falsch da oder was jesus dann kannst du dir da raus nehmen und richtig platzieren kaum bin ich oben im kran die komische taube wieder ernsthaft kann doch nicht wahr sein ich bin nicht nah genug angefahren auch Lass ihn? du hast aber auch über über dem boden ja das war bei mir die ganze zeit rot ist schon es hat nur das eine dinge wird stört ich habe ihn sehr schön das ist noch nicht einlegen ich guck mal nach hinten weil du ließen hier vorne wieder ein ich probiere mal was ja dass ich den genau da unter die t kreuzung kriegt ja ganz schön fummelig na absolut naja gut das hat nicht einfacher wurde war ja klar aber trotzdem ist irgendwie so wunderbar danke weil ich hätte die mit dem kran kreuzer gesehen ich kann da nicht mehr ran die gute kleine dinge noch hier haben und klein war noch zwei stück welchen scheiß hier abschließen einmal hierhin und runter und jetzt nehmen wir den letzten rest hier noch rüber schwenken rüber schwenken links einschränken ein drehen und runter rüber schwenken zurück und ein drehen und runter einer noch mal gucken was dann passiert dann müssten wir eigentlich fast für die seine da kommen dann nutzt zwei drei schritte nicht vormuggeln hier nein warte ich komme raus und da ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin aber ich ausheben ein traum ein traum ein traum von beiden seiten an dann habt ihr habt ihr braucht ihr sprit war noch nicht nicht auch nicht ein traum ein traum ein traum ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ja, ihr habt recht, es bringt auch ein bisschen Geld, aber ihr seht ja selber, wie tief das eigentlich nicht ist Und dementsprechend wäre das nicht so viel, was wir da rausholen würden Naja, das wird nicht viel bringen Nee, so tief braucht ihr gar nicht, ne? Das muss man Aber sie baggern tiefer als der Finch Muss ich sagen Okay Na gut, das Video wird ein bisschen kürzer, denke ich mal, oder? Schau mal Ja, ist so Ich denke mal, wir melden uns wieder, wenn wir bei... kurz davor sind, oder? Ach so Ja, klar Ja Denke ich auch Also, Leute, macht's gut Tschüss!